Bei uns im lieben Hemmittal, wo die Kühe sind daheim, da kann man fast zu jeder Zeit das Leben gut vertreiben. Da gibt es Niedel, Milch und Käse und seitenwieses Brötchen. Die Kühe gehalt gut die Mess, sie tue nie durch die Niedli. La, 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 la Schauert, der wird die Milch ins Käse gedreht, damit sie mich mehr sauret. Am Morgen käse es der der Glaus, und ist der Käse aus Gesotter, der macht er noch einen Zigerbau und zieht ihn aus der Schotter. Am Morgen käse es der der Schotter. Am Morgen käse es der der Schotter.